Mit Tensoren allein können wir wenig anfangen. Wir müssen mit ihnen rechnen können. Dafür gibt es mehrere Rechenoperationen, mit denen wir zwei Tensoren A und B zu einem neuen Tensor C kombinieren können. Wir können zwei Tensoren A und B gleicher Stufe addieren. AIJ plus BIJ ist gleich CIJ. Das Ergebnis ist ein neuer Tensor, gleicher Stufe. Wenn wir die Tensoren A und B als Matrizen repräsentieren, dann ist das Addieren von Tensoren nichts anderes als das komponentenweise Addieren von Matrizen. Die Komponente A11 der Matrix A in der ersten Zeile und ersten Spalte wird mit der Komponente B11 der Matrix B addiert, die ebenfalls in der gleichen Spalte und gleichen Zeile ist. So funktioniert eben die Matrizenaddition. Analog gehen wir mit allen anderen Komponenten vor. Das Ergebnis ist die Matrix C. Wir können zwei Tensoren A und B gleicher Stufe subtrahieren. AIJ minus BIJ ist gleich CIJ. Das Ergebnis ist ein neuer Tensor CIJ gleicher Stufe. Die Subtraktion funktioniert analog zur Addition. Die nächste Rechenoperation ist wahrscheinlich neu für dich, nämlich das Tensorprodukt. Manchmal wird es auch das äußere Produkt genannt. Hier werden nicht die gleichen Komponenten miteinander verrechnet wie bei Addition und Subtraktion von Tensoren. Für diese Rechenoperation müssen wir also die Indizes der Tensoren anders bezeichnen. AIJ und BKM. AIJ-Tensorprodukt BKM ergibt einen Tensor CIJKM. Wenn wir das Tensorprodukt von Tensoren zweiter Stufe bilden, dann ist das Ergebnis ein Tensor vierter Stufe. Wenn wir dagegen das Tensorprodukt von Tensoren AI und BK erster Stufe bilden, dann ist das Ergebnis ein Tensor zweiter Stufe CIJK. So funktioniert das Tensorprodukt mit zwei Tensoren beliebiger Stufe. Die einzige Ausnahme bilden die Tensoren nullter Stufe. In diesem Fall bleibt das Ergebnis ein Tensor nullter Stufe. Üblicherweise wird das Tensorzeichen in Indexnotation weggelassen. Machen wir ein konkretes Beispiel für das Tensorprodukt, das wir gut veranschaulichen können, nämlich das Tensorprodukt von Tensoren erster Stufe A und B. Die beiden Tensoren werden durch die Vektoren mit drei Komponenten repräsentiert. Das Ergebnis ist ein Tensor zweiter Stufe. Dieser Tensor stellt eine Matrix dar. Der erste Index, der Index I, nummeriert definitionsgemäß die Zeilen der Matrix und der zweite Index, der Index K, nummeriert die Spalten. Das Tensorprodukt muss nicht unbedingt zwischen zwei Tensoren gleicher Stufe sein. Wir können auch beispielsweise das Tensorprodukt mit dem Tensor dritter Stufe AI, J, M und zweiter Stufe BKN bilden. Das Ergebnis ist ein Tensor fünfter Stufe CI, J, M, K, N. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, stellt BKN konkret die KN-te Komponente des Tensors B dar und AI, JM ist die IJM-te Komponente des Tensors A. Bilden wir das Tensorprodukt, dann ist das das Tensorprodukt der Komponenten. Das Ergebnis ist IJM-K-ente Komponente des Tensors C. Wenn wir einen Tensor mit Indizes notieren, dann meinen wir damit stets seine Komponenten. Wir sagen trotzdem salopp Tensor zu seiner Index-Schreibweise. Das Tensorprodukt funktioniert natürlich genauso mit hochgestellten Indizes, die wir in den nächsten Videos kennenlernen werden. Wenn bei dem Tensor A die Indizes I und J oben stehen, dann müssen sie auch bei dem Ergebnis Tensor C oben stehen. Die nächste Rechenoperation, die wir durchführen können, ist die Kontraktion eines Tensors, manchmal auch Verjüngung genannt. Dazu betrachten wir als Beispiel den Tensor vierter Stufe, TIJM-K. Die Kontraktion dieses Tensors bedeutet folgendes. Wir wählen zwei seiner Indizes, zum Beispiel den Index I und M, dann setzen wir die beiden Indizes gleich. Wir können sie beispielsweise beide I nennen. Anschließend summieren wir über den Index I. Im dreidimensionalen Raum geht der Index I von 1 bis 3, daher ergibt die Kontraktion des Tensors T die folgende Summe. Wenn wir diese drei Schritte einem anderen Physiker kommunizieren wollen, dann sagen wir Kontraktion der Indizes I und M des Tensors T oder Kontraktion des ersten und dritten Index des Tensors T. Die Kontraktion ist sehr nützlich, weil sie die Ordnung eines Tensors reduziert. So hat die Kontraktion des Tensors T vierter Stufe seine Ordnung um zwei reduziert. Das Ergebnis der Kontraktion ist ein Tensor zweiter Stufe, den wir beispielsweise CJK nennen können. In der Physik nutzen wir die Einstein-Summen-Konvention, die besagt, dass wir zur Vereinfachung der Notation das Summenzeichen weglassen können, wenn in einem Tensor zwei gleiche Indizes auftauchen. Beim Tensor T I J I K in Kombination mit der Einstein-Summen-Konvention wird also über den Index I summiert. Wenn wir einen Tensor zweiter Stufe kontrahieren T I I, dann wird die Kontraktion auch Spur des Tensors genannt. Das Ergebnis ist ein Tensor nullter Stufe, also ein Skalar. Wir können natürlich auch die Indizes zweier unterschiedlicher Tensoren kontrahieren. Nehmen wir beispielsweise einen Tensor M I J und einen Tensor V K. Das Tensorprodukt M I J V K ohne Kontraktion ergibt einen Tensor dritter Stufe. Nun kontrahieren wir die Indizes J und K. Dann entspricht das in der Matrix- und Vektordarstellung genau der Multiplikation einer Matrix M mit einem Vektor V. Das Ergebnis U I ist ein Tensor erster Stufe, also ein Vektor. 2 5 4 6